Hallo, wie war's? Grüße, ich bin die Jenny Salchenäcker. Ich bin Gastronomin und führe gemeinsam mit meinem Mann die Bettler mit der Johannesklasse und das Ragram. Wir haben das von meinen Eltern übernommen, in zweiter bzw. fast schon dritter Generation. Ich bin in Salzburg, in Vilsmus, in Bongau, in die Berg aufgewachsen, also wirklich auf der Alm. Mein Papa hat damals schon immer gesagt, das war so um 2000 herum, irgendwann mache ich eine Alm. So hat dann 1 plus 1, 2 ergeben und der Papa hat eben diese Bettleralm gemacht, eben diesen ganzen Stahl hier, den alten, das ist 300 Jahre altes Holz aus Vilsmus. Es war eigentlich ein Pilotprojekt, Apres-Ski in der Stadt. Ist lustig und wie man sieht, hat es funktioniert und die Leute lieben es. Hände nach vorne, die Hände nach vorne! An Arbeit, was ist bei uns alles so zu tun? Wir suchen in der Früh mal die verlorenen Garderobenstücke zusammen, nehmen Anrufe entgegen, weil wir dann immer so lieb hören, ja, grüß Gott, bin ich da in der Bettleralm, ja, ich fahre am Samstag in der Bettleralm, ja, wir denken es uns, ja, und ich habe sicher was vergessen. Also da konnte ich eigentlich stundenlang erzählen, also es war von, ich weiß es nicht, natürlich diverse Polterrunden vergessen, immer die schrägsten Sachen. Einmal hat eine, eine Schuhe vergessen mit einer roten Sohle, das hat, glaube ich, recht weh da. Also ich weiß nicht, warum wir die mit einer Schuhe haben gegangen ist, aber ja, es hat ja wirklich die Schuhe rausgezogen bei uns. Dann haben wir ein ganz lustiges E-Mail bekommen. Man kann bei uns über einen Notausgang auch ins Haus hinauf und da muss mein Herr rausgeschlupft sein. Und der Herr ist in den Lift rein und hat am Samstagnacht um halb vier geschrieben an Lost at Bettleralm.at, Hi, I'm stuck in the elevator, can somebody help me? Aber er war leider lost und hat ihm keiner höpfen können. Man munkelt, dass man in der Bettleralm als Single nicht alleine nach Hause gehen muss. Ein bisschen sowas wie Tinder-Analog, würde ich sagen. Nicht jeder gibt zu, dass er Schlage hört, aber wenn es dann einmal eine Formel im Jahr ist, ist es schon eine Geuli. Das ist sie, ja, tun wir uns ehrlich. Hast du gleich geklopft? Ich hör dich klopfen. Und der Steirer. Hallo, ich bin der Maik, DJ Mika aus Graz. Und ich bin der Bettleralm-Resident-DJ. Da jetzt in der Bettleralm eigentlich eh immer Standardprogramm. Also viel Juhu. Und da kommt eben vom Juhu-Sound ja auch nicht so viel aus, oder? Und heutzutage die Hitparade ist eher schwierig. Nach dem kann man sich nicht mehr redieren. Da auch nicht. Ja, trinkfreudiges Publikum. Eigentlich ein tanzfreudiges Publikum. Zügel, 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 zügel! Ich muss ja sagen, gegenüber unseres Restes recht. Wahrscheinlich, weil mehr trunken wird. Bei uns geht halt wirklich jeder her. Wir haben Anwälte, wir haben Krankenschwestern, wir haben Polizisten, wir haben Feuerwehrler. Wir haben wirklich alle Berufssparten durch. Und das ist eh so nicht lässig, weil halt da wirklich du selten so eine breite Gästeschicht ansprichst. Ich glaube, unsere Lieblingsgeschichte ist die vom Saufbären. Da haben wir an Eisbären die Weihnachtszeit immer als Deko gehabt. Und da waren ein paar recht lustige Leute da, die den sehr lieb gehabt haben. Und haben ihm dann den Arm abgebrochen. Mein Mann hat mich nach Hause angerufen und hat gesagt, jetzt haben sie den Eisbären kaputt gemacht. Die Polizei habe mich geholt. Weil er natürlich böse war, weil das war ein riesengroßes Ding. Und die Polizei hat gesagt, sie müssen den zahlen, was du verlangst. Und ich habe dann wirklich einen Artikel in der Kasse erstellt für den Eisbären. Und dann haben die gesagt, naja, jetzt haben wir den Eisbären gezahlt. Jetzt wollen wir ihn aber auch mitnehmen. Und der Polizei hat gesagt, ja bitte nimmst den hieligen Eisbären gleich mit. Und dann sind sie mit dem Eisbären da raus. Und ein Jahr später sind sie wieder da gewesen. Dann haben sie uns Fotos gezeigt, wo sie mit dem Eisbären überall waren. Sie waren feiern mit ihm, sie waren Skitouren mit ihm. Wochenlang flage ich mich an. Ich fühl mir die Finger auf. Natürlich geht es bei uns extrem lustig zu. Wir sind ein Ventil für die Gesellschaft. Man muss sich einfach ein bisschen ein Reset holen. Und das tut dann einfach gut, wenn man tanzt, wenn man mitsingt. Und dann einfach nur fröhlich und zufrieden heimgehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.